Hallo, ich bin Fabian und nachdem ich schon viele Produkte und Rezepte von Betty Bossi getestet habe, zeige ich euch heute wie der Spätzchenblitz funktioniert. Die Spätzchenblitz sind super schnell einsatzbereit. Auch die Zubereitung vom Teig ist sehr einfach. Man gibt einfach alle Zutaten in den Becher und bewegt den Griff hoch und runter zum Mischen. Bei mir ist das Resultat am besten geworden, wenn ich einen grossen Topf mit viel Wasser nach einem Seidenpunkt bereitgestellt habe. Daneben habe ich einen anderen Topf mit kaltem Wasser bereitgestellt gehabt, damit man die frischen Spätzchen abschöpfen und sie dann abkühlen konnte. Am besten unterholt man den Vorgang zweimal, damit Spätzchen genug Platz zum Schwimmen hat. Sobald sie an der Wasseroberfläche sind, kann man sie abschöpfen. Ein grosser Vorteil ist, dass man die Spätzchen so vorbereiten kann, im Kühlschranklob bis zu oben der Besuch kommt. Die ganze Vorbereitung hat noch wenig Zeit in Anspruch genommen und somit ist der Spätzchenblitz perfekt für Leute, die mit weniger Handgriffe etwas selber kochen wollen. Spätzchen kann man auf ganz viele Arten und Weisen zubereiten, das sieht man im zugehörigen Rezeptbuch. Ich habe hier meinen Favorit Käsespätzchen gemacht und die haben wunderbar geschmeckt. Und die ganze Familie hat sich gefreut.